Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, sich sein Studium durch Nebenjobs zu finanzieren, ist nun wirklich nichts Neues. Viele Studierende tun das, um ihr BAföG aufzubessern, das selbst bei Höchstbezug nicht immer zum Leben reicht, um die Finanzierung durch die Eltern aufzustocken oder, und auch das gibt es häufiger, als man denken würde, um sich sein Studium in Eigenregie zu finanzieren. Haupttätigkeitsfelder sind dabei, zumindest in unserem Land außerhalb des Hochschulbetriebs selbst, die Gastronomie, der Tourismus, das Veranstaltungsmanagement, die Pflege und die Betreuung, die Kultur und die Kreativwirtschaft. Mit den Verordnungen der Landesregierung zur Eindämmung des Coronavirus haben die Akademikerinnen und Akademiker in Ausbildung einen großen Teil ihrer Einkünfte auf unbestimmte Zeit verloren. Damit wurden Studierende genauso in ein finanzielles Desaster gestürzt, wie abhängig Beschäftigte und Selbstständige der genannten Branchen. Ich betone das deshalb, meine Damen und Herren, weil es mir besonders wichtig ist, dass wir die Studierenden in dieser Debatte als ebenso Leidtragende der jüngsten Entwicklung sehen, wie alle anderen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und auch die Selbstständigen auch. Denn auch unter Studierenden gibt es Menschen, die Verantwortung übernehmen, sowohl für bereits vorhandene Kinder als auch für zu pflegende Angehörige. Es geht hier also nicht nur darum, Studierende als Auszubildende zu sehen, die einen Teil ihres Einkommens verloren haben und nun um ihre Existenz bangen. Nein, es geht auch darum, sie als Bürgerinnen und Bürger zu sehen, die wie viele andere Menschen in unserem Land auch Verantwortung für ihre Familien übernehmen. Meine Damen und Herren, als am 30. April Bundesbildungsministerin Karliczek der Presse mitteilte, dass es sowohl ein Darlehensprogramm auf der einen Seite als auch ein Nothilfefonds des Bundes für die Studierenden geben würde, da war ich kurz guter Hoffnung. Nach den nun schon wochenlangen Debatten zwischen Landes- und Bundesebene und Ideen aus dem Bundesbildungsministerium, das kann man sich fast gar nicht vorstellen, wie Hartz IV an bedürftige Studierende als Kredit zu vergeben, lag scheinbar dann doch noch ein guter Vorschlag auf dem Tisch. Bei näherem Hinsehen entpuppte sich dieser Vorschlag jedoch einmal, das will ich ganz deutlich sagen, als Dreistigkeit, das andere Mal als Tropfen auf den heißen Stein. Die Dreistigkeit ist die, dass Studierenden, die gerade nicht wissen, wie sie Miete oder Essen im nächsten Monat bezahlen sollen, zinslose Kredite der Kreditanstalt für Wiederaufbau als Mittel zur Krisenbewältigung angeboten werden. Mal ganz abgesehen davon, dass es grundsätzlich schon merkwürdig ist, warum die KfW als Eigentum des Bundes in Nullzinszeiten bisher Studienkredite mit Verzinsung von über 4% angeboten hat, aber das ist ein anderes Thema, ist auch ein zinsloser Kredit immer noch ein Kredit. Und ein Kredit, der will bekanntermaßen getilgt werden. Wenn Sie jetzt ein Jahr die Unterstützung brauchen, die 650 Euro nehmen, sind Sie ruckzuck bei 7.800 Euro. Das ist schon eine ganze Stange Geld, die Sie aus dem Studium mitnehmen. Wenn Sie dann noch BAföG-Bezieherin oder BAföG-Bezieher sind, sind Sie schon bei 15.000, 16.000 Euro. Und das finde ich schon eine ganze Stange, das muss ich so sagen. Und Teil 1 dieses Hilfsangebots ist also eine Verlagerung des Problems in die Zukunft und auf dem Rücken der Studierenden und das sehen wir als Linke sehr, sehr kritisch. Und Teil 2 und der damit eingangs erwähnte Tropfen auf den heißen Stein ist der sogenannte Nothilfefonds des Bundes über 100 Millionen Euro. Nun könnte man ja mal sagen, 100 Millionen Euro, das ist ja eine ganz ordentliche Summe und ich solle mich hier mal nicht so aufregen. Aber wenn man sich das dann genauer anguckt, wir haben das ja auch schon mal vorgerechnet an einem Beispiel, wo der Königsteiner Schlüssel zugrunde liegt, dann kommen in Mecklenburg-Vorpommern, wenn es gut läuft, 2 Millionen Euro an. Und wenn ich jetzt unterstelle, dass nur 5.000 Studierende in Mecklenburg-Vorpommern diese Unterstützung bräuchten, und ich glaube, das ist schon sehr großzügig gerechnet, von den über 38.000, so kommen wir bei diesem Rechenmodell auf einmalig 400 Euro. Schön, 400 Euro zu haben, ja, aber einmalig, das reicht da vorne und hinten nicht. Wenn Sie in Rostock im Studierendenviertel wie in der KTV wohnen, können Sie vielleicht Ihre Monatsmiete bezahlen, wenn es gut läuft, kriegen Sie auch den Kühlschrank für den Monat noch voll, aber dann ist auch allerspätestens Schluss. Und wenn man sich dann eine Umfrage des AStAS der Universität Rostock anschaut, und das will ich hier einmal sagen, was die Studierenden schafften, die Organisierten in den letzten Wochen und Monaten an Arbeit geleistet haben, muss ich echt sagen, Hut ab. Also, die haben gerödelt ohne Ende, und das erkennen wir schon an. Sie haben auch eine Umfrage erstellt, und da haben immerhin 3.000 Studierende aus Rostock teilgenommen. Das ist schon eine gute Zahl. Es kam zu dem Ergebnis, dass bei 45 Prozent der Nebenerwerb der Studierenden ausgesetzt wurde, 15 Prozent deutlich weniger arbeiten, und 15 weiteren Prozent gekündigt wurde. Also, das sind schon deutliche Zahlen, die, glaube ich, deutlich machen, dass mein Rechenbeispiel sehr großzügig war mit den 400 Euro, wenn man die 2 Millionen anlegt. Laut letzter Sozialerhebung des deutschen Studierendenwerks liegt allerdings der monatliche Finanzbedarf, der monatliche, im Schnitt bei über 900 Euro im Monat pro Studierenden und beziehungsweise Studierenden. Da ist es, wie bitte? Heidelberg wird höher sein als 900 Euro, da können Sie von ausgehen. Aber Greifswald und Rostock haben auch schon sehr ansprechende Preise, gerade auf dem Mietmarkt. Da kann Ihnen vielleicht der Kollege Peters das sicherlich bestätigen, dass das in Rostock auch schon sehr anständig ist und in Greifswald ja ähnlich. Da ist es dann selbst erklärend, dass das Angebot des Bundes halt untauglich ist, die finanziellen Probleme der Studierenden anzugehen. Nein, meine Damen und Herren, auf den Bund können sich die Studierenden in dieser Frage wohl nicht mehr verlassen und auch nicht hoffen, noch eine Lösung zu bekommen. Da ist deshalb der Beschluss unseres Hauses gefragt. Ich muss an dieser Stelle noch einmal für die Forderungen der Studierendenschaften werben, die sich klar für nicht zurückzahlbare Zuschüsse des Landes für bedürftige Studierende ausgesprochen haben. In diesem Sinne sei ja auch der Vorstoß des Bündnisses Soforthilfe für Studierende genannt. Meine Damen und Herren, im Bildungsministerium ist das Problem ja eigentlich auch bekannt. Und Sie haben ja auch in einem ersten Schritt 175.000 Euro Soforthilfe bereitgestellt und weitere 125.000 angekündigt für die Gruppe der Studierenden, die ohne ihre Nebeneinkünfte und ohne Familien vor Ort besonders hart getroffen sind, die internationalen Studierenden. Und so sehr ich das auch begrüße, ich finde es absolut richtig, diesen Schritt zu gehen, weil er auch geholfen hat, in der Krise erst einmal zu überbrücken, müssen wir natürlich jetzt dahin kommen, ein Programm zu entwickeln, wenn das alle Studierenden, die in Not sind, in den Blick zu nehmen. Denn tun wir das nicht, so werden doch viele zukünftige Ingenieurinnen und Ingenieure, Ärztinnen und Ärzte, Anwältinnen und Anwälte, Lehrerinnen und Lehrer erst mal gar nicht in die Verlegenheit kommen, ihre Berufe auch auszuüben, weil sie im Zweifel ihr Studium abbrechen werden müssen. Das glaube ich sehr ernsthaft, Herr Renz. Und ich habe auch Beispiele, die ich... Es gibt konkrete Ankündigungen, selbstverständlich. Was meinen Sie, wenn Sie vollkommen auf einen Nebenerwerb angewiesen sind und seit Mitte März kriegen Sie kein Geld mehr? Dann geht Ihnen aber, um das mal auszudrücken, hochparlamentarisch der Arsch auf Grundeis, das will ich Ihnen mal so sagen. Und dann kann man diese Zwischenrufe nicht verstehen. Ein Moment bitte, Herr Kolbe, ein Moment bitte. Erstens, ich kann den Redner kaum noch verstehen, es ist ein starkes Gemurmel hier im Raum und bitte keine Zwiegespräche führen. Der Redner hat jetzt das Wort, Herr Kolbe, Sie können fortfahren. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Treffen wird es vor allem wieder zuallererst die Studierenden, Herr Renz. Und da sind wir dann dabei, die eben keine Eltern haben, die ihnen über die finanziellen Sorgen hinweg helfen können. Handeln wir nicht, so wird die Corona-Krise also auf lange Sicht auch den Fachkräftemangel ein wenig weiter verschärfen. Er wird auch, und das ist eine viel größere Sorge für mich, er wird auch eine sozial deutlich unausgeglichene Studierendenschaft in Mecklenburg-Vorpommern organisieren. Das werde ich Ihnen sagen, das wird da hinten mal rauskommen. Meine Damen und Herren, ich denke, die Risiken, die mit dem durch die Corona-Krise finanziell begründeten Studienabbruch einhergehen, sind für Mecklenburg-Vorpommern nicht akzeptabel und würden die soziale Spaltung im Land weiter vorantreiben. Ein Eingreifen des Landes im Sinne einer Nothilfe ist deshalb dringend erforderlich. In diesem Sinne bitte ich Sie um Unterstützung unseres Antrages. Vielen Dank. So, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, das war ja eine lebendige Debatte, das war schon mal schön. Ich würde gerne auf den einen oder anderen Punkt eingehen, der aus meiner Sicht dann doch nicht so richtig greift. Frau Martin, Sie haben gesagt, Sie sehen vor allem den Bund in der Pflicht und sagen, als Land können wir da nicht so wirklich was machen und sollten wir auch nicht machen, weil wir haben auch genug zu tun. Das ist natürlich ein Stück weit Inkonsistenz, weil auf der einen Seite haben wir als Land, glaube ich, eine der größten Rettungsaktionen überhaupt des Bundeslandes einen riesen MV-Schutzschirm aufgespannt über 1,1 Milliarden Euro, wo wir verschiedenste Bereiche, auch Bereiche, die den Bund betreffen und auch Bundesprogramme teilweise ja kofinanziert haben und auch damit unterstützt haben mit eigenem Landesgeld. Zum anderen haben Sie ja selber angesprochen, ich habe es ja auch erwähnt, haben wir ja bereits als Land selber bis zu 300.000 Euro bereitgestellt, um zu unterstützen. Und ich glaube, wir reden momentan auch über Landeskurzarbeitergeld. Ob das dann kommt, werden die nächsten Tage und Wochen vielleicht zeigen. Aber ich glaube, es wird doch deutlich, dass dort, wo der Bund nicht ausreichend unterstützen kann oder unterstützen will, wir temporär an der einen oder anderen Stelle als Land doch auch gefordert sind, doch noch punktuell auch nachzusteuern. Und das sehen wir bei dem Nothilfefonds eindeutig so gegeben. Es wurde von verschiedenen Seiten gesagt, eigentlich sind Ihre Forderungen ja erfüllt, es gibt diesen Nothilfefonds schon. Ich glaube, Herr Peters hat das gesagt, Herr Stahmer hat das auch gesagt, Herr Weber, Professor Weber hat es nicht gesagt, aber von Frau Martin kam es ja eigentlich auch. Eigentlich, was wollen Sie denn, es ist doch da. Und Frau Martin hat es ja selber vorgerechnet, es gibt nicht die 2 Millionen, sondern nur 1,3 Millionen Euro. Und wenn ich dann auch die 300.000 Landesgeld drauf packe, dann ist ja mein Rechenbeispiel von vorhin zu sagen, nur 5.000 Studierende sind betroffen, die kriegen einmal 400 Euro, dann sind wir ja bei 1,5 Millionen und statt bei 2 bei 300 Euro einmalig. Und ich glaube, das ist hier deutlich geworden, auch bei den verschiedenen Rednerinnen und Rednern, die ja die Probleme der Studierenden in besonderen Notlagen ja durchaus anerkannt haben, dass das im Zweifel nicht reichen wird. Und wenn diese Debatte hier dazu führt, dass wenn wir uns den Nothilfefonds angucken, wir kennen ja die Ausführungsbestimmungen noch gar nicht im Detail, wir wissen ja noch gar nicht, wer unter welchen Bedingungen wann wie viel bekommt. Ich hoffe, das passiert bald, weil wir hatten ja Mitte März sozusagen die Krise begonnen, zwei Monate sind um, da sind selbst kleine Sparbeträge, die die Studierenden an der einen oder anderen Stelle vielleicht generieren können, dann spätestens aufgebraucht. Und ich würde mir wünschen, wenn der Nothilfefonds des Bundes sozusagen alle ist, dass wir spätestens dann darüber reden, dass wir als Land das doch nochmal aufstocken können, damit wir nicht sagen, es gibt einmal 300 Euro und habt ihr Pech gehabt, weil dann können wir die 300 Euro auch behalten, weil das bringt dann am Ende des Tages nichts, verzögert sich die Not nur noch um ein paar Tage. Dann, Professor Weber hat sehr, sehr, sehr viel gesagt. Unter anderem haben Sie gesagt, die digitale Lehre bietet jetzt ja auch die Chance, flexibler zu studieren und die Möglichkeit der Studierenden mehr arbeiten zu können. Das mag ja sein, aber ich habe immer noch die Auffassung, das ist auch meine Auffassung meiner Fraktion, dass Studierende natürlich zuallererst lernen sollen. Die sollen lernen, die sollen ihr Studium machen, die sollen schnell fertig werden. Und da sind natürlich Nebenjobs grundsätzlich kontraproduktiv. Einen Moment, Herr Kolbe, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe zweimal durch Leuten versucht zu signalisieren, dass das allgemeine Gemurmel zu laut ist. Auch der letzte Redner hier hat das Anrecht, genauso wie der erste Redner an einer Landtagssitzung, die nötige Aufmerksamkeit zu erfahren und seine Rede einigermaßen ungestört zu halten. Ich bitte doch um wirklich genügend Disziplin. Bitte schön, Herr Kolbe. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Dann vielleicht noch einen zweiten Punkt. Sie haben eine Ungerechtigkeit in unserem Förderprogramm ausgemacht. Sie haben gesagt, was ist denn nun, wenn ein Studierender, der hat keinen Nebenerwerb gehabt und die Eltern haben bisher sozusagen das Studium finanziert und nun rutschen sie in Kurzarbeit oder verlieren sogar ihren Job. Das sind ja durchaus reale Beispiele, die deutzutage passieren. Dann bekommen sie ja keinen Zuschuss über den Nebenerwerb nach unserem Programm. Und das ist auch vollkommen richtig und das finde ich auch vollkommen fair, weil sie dann natürlich automatisch Anspruch auf BAföG haben. Und wenn Sie sich angucken, wie die Studierendenwerke ihre Prozesse hochgefahren haben, die haben früher ja teilweise bis zu drei Monate gebraucht, um einen BAföG-Antrag zu bewilligen. Neulich konnten wir lesen, das Studierendenwerk in Rostock, was für Rostock und Wismar zuständig ist, schafft das mittlerweile in zwei Tagen. Also eine Riesenbeschleunigung. Und ich glaube, wenn dort Eltern in Kurzarbeit geraten oder auch ihren Job verlieren, dann kann dort auch schnell nachgesteuert werden, dass dann das BAföG im Zweifel nicht reicht, weil wir über eine grundsätzliche BAföG-Debatte reden würden. Das wäre doch mal ein größeres Thema. Das haben wir hier bewusst rausgelassen, weil es das BAföG-Reformierbar ist. Das steht aus unserer Sicht außer Zweifel. Ja, dann gucke ich mal einmal auf den Zettel. Herr Peters, Antrag erledigt, Nothilfefonds, deshalb bin ich darauf eingegangen als wesentlichen Punkt. Und ja, Herr Stamer, Sie haben ja im Endeffekt auch gesagt, es ist eine Lösung, nicht ideal, aber es ist eine Lösung. Deshalb nochmal mein Appell, dann schauen wir uns diesen Nothilfefonds des Bundes jetzt an und haben wir dann auch die Flexibilität wirklich zu sagen, als Land, wenn der alle ist und wenn wir merken, es sind noch Studierende da, die wirklich in Not sind, das dann doch noch als Land kurz zu subventionieren, damit da hinten dann doch keiner rausfällt und damit wir keine Studienabbrüche haben. Weil ich glaube, das ist etwas, was wir alle nicht wollen. Wir haben so viel Fachkräftemangel auf verschiedenen Themen. Will ich jetzt gar nicht alle nochmal wiederholen. Und ich glaube, da sind wir als Land, steht uns das gut zu Gesicht, da dann in der Not wirklich zu helfen. In dem Sinne nochmal der letzte Versuch. Vielleicht stimmen Sie dann doch jetzt zu und wenn nicht, behalten Sie das Thema sehr eng im Auge, sehr eng im Blick und lassen Sie die Studierenden nicht hängen. Vielen Dank.